Hallo, hallo, da bin ich wieder. Es gibt heute ein Video, ähm, ja, also wir brauchen Glitzer, ne, so we need glitter. Again in English, I try my very best. Ähm, ja, also Pinsel, Glitter, Pinsel, überhaupt und so. So, you need a deppendish with liquid, so we do it in acrylic and, ähm, some clear powder. So, I have my nail, ihr habt euren Nagel und bei dem mache ich jetzt erstmal eine Clear Verlängerung. So, this is, äh, the natural nail. It has been a, ähm, modelled nail, but I use it as a natural nail. Also, ihr nehmt dann euer Clear, was ihr habt. So, you preparate the nail and then just do, ähm, ähm, make it longer. Don't know the word for this extension. Maybe you extend the nail. So, just a little thin layer on the nail bed. Also ganz thin auf dem Nagelbed. Und nach vorne hin etwas dicker. So, I, ähm, want to do, äh, ähm, almond form. In a very long form. Ähm, on a client I have to pinch the nail, but on this chainer, it is not very, very, ähm, easy. So, I do not pinch. So, I do not pinch. Just shape the nail with my brush. So, we want, äh, to do a nail bed extension. Also, ihr macht ne Nagelbed verlängerung in dem Fall. With glitter. So, this is my extension. I don't know if that, that is the correct word, but I need it. I use it. So, ähm, yeah, I think that's enough. Okay. The form is not very correct. Set here. Also, die Form habe ich nicht ganz gerade angesetzt, wie ich gerade. Aber das muss ich jetzt mal vernachlässigen. So, you need your glitter. Also, ihr braucht euer Glitzer. Und clear. Und dann macht ihr ein Bällchen. So, you make a little ball of clear powder. This size. You dip it into the glitter. Pack das in das Glitzer. Und dann, so you lay it down. So, maybe it is a little bit difficult, because it doesn't want to be laid down. And then, you shape your nail bed extension. I don't want to do this, uh, really full, full color up to the back. I just want to do little. So. This might be enough. Also, ich will das nicht bis ganz ans Ende haben. Ich möchte es eigentlich wirklich nur vorne so haben. So, and this is part one of this video, because, uh, it has to dry. I cannot do all things in one video, because I cannot, um, cut the video. I'm not able to cut a video. Oh my god, I have to learn something. Also, ich mache jetzt hier zwei Teile aus dem Video, weil ich das nicht schneiden kann. Das kriege ich nicht gebacken. So. Und dann habe ich noch ein Silber. So. So, I have a Silber. And I do some, a little bit, a really, really, really little bit of Silber Powder at the front of the nail. So. So. And then, swipe it a little bit out. Up to the nail. Not really much. Also, ich mache so ein kleines bisschen so ein Verlauf daraus. Nicht wirklich viel, nur so ein bisschen. So. This is the end of part one, because it has to dry. And then, you put some clear powder over the nail. And do the arch. Ähm. Das ist Ende von Teil eins. Die müssen in dem Fall dann Clear Powder noch drüber machen. Aber das muss ein bisschen antrocknen. Also, sonst verteilt ihr euch das Glitzer überall hin. Okay. Otherwise, you put the glitter everywhere, when it's not really dry. And, äh, on a client you can pinch now. But I won't pinch. So we see us in part two. Bye bye.